Hallo, ich bin Nazjana Kutsch und ich arbeite voll glupfig als Ladeleiterin. Hallo, ich bin Nicole Köhler und regionale Verkaufsleiterin im Volk. Hallo, ich heisse Katja Müller, ich bin Verkäuferin und arbeite im Volk. Mein Karriereweg sieht folgendermassen aus. Ich bin gelernte Pharmaassistentin und habe als Quereinstiegerin als 40%ig im Volk mitwirken. Ich habe mich dann hochgeschafft als Stehfahrer bis hier zur Ladeleiterin und jetzt regionale Verkaufsleiterin. Befolgt habe ich durch ein Praktikum, wo ich auf der Jobsuche gewesen war. Dann bin ich auf den Stundenlohn gekommen und dann hat es irgendwann gewechselt auf eine Festdarstellung. Also ich bin seit vier Jahren beim Volk. Ich habe als Aushilfe angefangen. Dann bin ich als Springerin fest eingestellt. Nach einem Jahr habe ich mich entschieden für Artikel 32 zu machen. Das ist Wetterbildung für Erwachsene. Inzwischen bin ich als Stauser tätig gefordert und jetzt nach dem folgleichen Abschluss bin ich eine Ladeleiter geworden. Mein Highlight während meiner Karriere war, dass ich von sechs Jahren einen Laden übernehmen durfte. Dort durfte ich den Titelhandelsspezialisten absolvieren und dann einen grösseren Laden wechsel. Neue Volk Mitarbeiter raten dich, schau auf dein Team, bist konzentriert und bis immer freundlich. Neue Volk Mitarbeiter würde raten, zeig deine Leistung, bringt Wille und Motivation und lass dich überraschen. Oh, das ist mir so gut, da drauf! Ich hab dich überrascht auf deinem Elektronik zurück滿 her. Ich hab dich überrascht auf deinem Elektronik zurückgelegt. Ich hab dich von wo, Dester Schuhl enter, wenn du siehst, schau auf deinem Elektronik aus.